Ja, ich bin's nochmal. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass heute Abend um 19 Uhr die tausendste Manuel am Abendfolge kommt. Ja, schaut rein, seid da auf jeden Fall dabei. Es wird was Interessantes und auch für euch was Interessantes geben, wo man sagen muss, hätte ich nicht gedacht. Erstmal. Und dann weitersehen. Aber heute Abend, die tausendste Manuel am Abendfolge, 19 Uhr, einschalten, dabei sein. Manuel am Abend, die tausendste Folge, am 20. März, hier für euch, aus dem Boazzo-Studio. Schaltet ein und seid dabei, 20. März, 19 Uhr, Manuel am Abend. Schaltet ein und seid dabei, 20 Uhr, ein und seid dabei. Vielen Dank.